Wie viel Wolle brauche ich für den bisher größten Teppich, den ich je gemacht habe? Die schwarze Wolle ist mir ausgegangen, deswegen konnte ich jetzt nicht alles schwarz umbraten. Aber bis die schwarz ankommt, werde ich jetzt mit dem anderen weitermachen. Und erstmal muss ich den ganzen Kopf grün ausfüllen. Oh Leute, das hat so krank lang gedauert. Rat mal in den Kommentaren, wie lange ich nur für das Grün gebraucht habe. Und Leute, da wurde es auch schon wieder knapp mit der Wolle. Also für das Schwarz habe ich jetzt insgesamt vier Wollekunäle gebraucht. Und für das Grün habe ich einfach nur sechs gebraucht. Das habe ich irgendwie nicht erwartet. Als nächstes kommt das Innere vor den Ohren. Schreibt mir in die Kommentare, was für eine Farbe ich da genau benutzen soll. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, in welchen Farben ich den Mantel machen soll. Und tada, so sieht das jetzt von hinten aus. Bisher habe ich noch keinen Fehler gemacht. Also wünsche mir Glück, dass alles gut laufen wird.